es vibriert auf jeden fall wir haben jetzt die möglichkeit hier mehrere modi zu aktivieren hallo in diesem video zeige ich euch ein knie massage gerät von skg hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal heute wieder ein massage gerät von skg warum wieder weil ich hatte letzten videos irgendwann mal einen nacken massage gerät von skg das war auch super geiles dinge definitiv und nun habe ich das nächste produkt hier und zwar die knie ja ja richtig ein massage gerät wie die knie interessant auf jeden fall und wir schauen uns das mal an und zwar sind es verschiedene modis wir haben wieder eine voice stimme wir haben verschiedene temperaturen gab und natürlich massage funktion wir packen das jetzt mal gemeinsam aus wir machen das jetzt heute mal so dass ihr das mal ein bisschen besser seht machen jetzt ist da jetzt noch nicht so viel zu sehen sind mehrere beutel dabei also zwei solche beutel einmal linkes knie und einmal rechtes knie ja ja auch noch mal zwei usb auf usb c vom aufladen und nur andere mehr ist hier eine verpackung nicht unterhalten legen wir auch seite schauen wir uns hier doch das war nur als anwalt das reich knie ist ja wir haben dann hier so ein teil sieht jetzt aus wie so ein typischer knieschoner vom rugby ja wir haben hier hinten noch ein täschchen wozu das dient keine ahnung ich denke mal da könnte einfach ein macht zwar keinen großen sinn aber könnte man dann haben wir hier ein ball gerät wo wir das gerät dann machen können wo wir dann die intensivität ändern können und hier an der seite haben wir dann noch die möglichkeit da haben wir hier gucken genau fache an und aus zu machen es redet ja auch mit einem besser die ganze geschichte mit dann legt man sich das auf gut deutsch das testen wir auch gleich mal und kann mal so wir legen das jetzt mal an als jetzt bekommen wir ein sexy bein zu sehen sinnvollerweise sieht man natürlich die Hosen ein bisschen hoch ja ich weiß die beine könnten ein bisschen braunend sein so dann nehmen wir uns hier die ach eine manschette würde ich sagen wenn man das belegen wir uns doch jetzt hier müssen gucken dass das teil hier auf dem knie liegt dann einmal hier auch rum das ist einmal hier dasselbe machen wir auf der anderen seite auch nochmal auf jeden fall schön straff muss die ganze sache sein so dann können wir die ganze sache mal aktivieren ich weiß nicht ob es jetzt hört es vibriert auf jeden fall wir haben jetzt die möglichkeit hier mehrere modis zu aktivieren das ist ein intensiv level hier können wir jetzt die sprache ausmachen genau das heißt wenn man hier gedrückt hält an der seite ich hoffe ihr könnt alles hier sehen es könnte ein bisschen schwierig sein wie gesagt an der seite gedrückt halten kann man da voice over an oder aus machen jetzt hat man hier jetzt mal ruhig hier haben wir die möglichkeit verschiedene modis zu machen heißt jetzt vibriert er hier ein bisschen hier wieder hier ein bisschen hier jetzt hier hier kursiert er jetzt gerade sieht er ein bisschen kräftiger und genau das sind das ist jetzt hier die heizung weil das wird hier irgendwie aufgewärmt hier ist auch irgendwie was infrarotmäßiges drin was das knie während der massage auch aufwärmt also was äußerst bequem ist also macht echt bockt das dann auf jeden fall und sieht auch sehr gut so sehr solide aus massage aus jetzt haben wir richtig holle lotte man schwitzt jetzt nicht runter ist äußerst angenehm wenn man jetzt probleme mit den knien hat oder man jetzt viel gelaufen ist oder gejoggt ist oder man etwas älter ist und man längere zeit im rollstuhl saß und einem die knie wehtut dann kann man das hier anziehen dann hat man auf jeden fall gute lösung gesagt es sind zwei stück im lieferumfang enthalten einmal rechts einmal links link mit unten in der beschreibung sein wo es kaufen könnt wenn wir jetzt preismäßig ist nicht sicher ist glaube ich aber nicht so günstig aber dafür muss man sagen es ist qualitativ hervorragend also ich merke jetzt auf jeden fall schon wie das knie sehr schön durchblutet wird und warm wird also sehr sehr angenehm ok ich würde jetzt nicht unbedingt damit rumlaufen weil das könnte ein bisschen schwierig sein ich denke dann würde das rutschen aber so auf der couch zu liegen und sagen komm jetzt lass ich mal massieren beste beste auf jeden fall ist echt richtig cool wenn man dann auch zusätzlich das nackenmassagegerät von der firma skg hat hat man ja wenn das programm vom allerweins dann muss man ja nicht mehr rausgehen hoffe das kleine und interessante massage kniemassage video hat euch gefallen daumen drauf abonniert den kanal und bis zum nächsten mal